Promi Big Brother mit Ex-Peter, Iris Klein hat Angst Die Herzen ihrer Fans schlugen bei dieser Nachricht hör, Iris Klein, 56, zieht ins Promi Big Brother Haus Doch die ehemalige Kampf-der-Reality-Stars-Kandidatin wird im Haus auf ein altbekanntes Gesicht treffen, ihr Ex-Peter Klein, 56, ist ebenfalls Kandidat der aktuellen Staffel Das Ehepaar trennte sich dieses Jahr nach einer angeblichen Affäre des 56-Jährigen Iris verrät nun, wie es ihr mit dieser außergewöhnlichen Situation geht In ihrer Instagram-Story äußert sich die Gastronomin zu ihrem Einzug in den Container Ich bin so dankbar, dieses Jahr dabei sein zu dürfen, freut sich die dunkelhaarige Powerfrau Doch die nächsten Zeilen lassen vermuten, dass die dreifache Mutter mit der Teilnahme auch hadert Natürlich bin ich super aufgeregt und habe auch ein bisschen Angst vor der Situation Nichtsdestotrotz lässt Iris sich nicht entmutigen, ich versuche natürlich alles zu geben und das Ding hier zu rocken für mich und für euch Yvonne Wuelke, 41, die angebliche Affäre von Peter, äußerte sich bereits zu der Promi Big Brother-Teilnahme ihrer Erzfeindin Wenn das nicht alles geplant gewesen war von der Hexe, dann fresse ich einen Besen Das war alles von Australien bis jetzt geplant, hetzt die Blondine in ihrer Instagram-Story gegen Iris Und dann fresse ich euch bitte zum nächsten Mal Und dann fresse ich euch jetzt an den nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal